Jeder Windows-Benutzer kennt die Benutzerkontensteuerung. Ok, der Name direkt sagt vielleicht nicht jedem etwas, aber spätestens wenn ihr eine Anwendung startet, welche höhere Rechte erfordert, wisst ihr, was gemeint ist. Der Bildschirm wird abgedunkelt und es erscheint ein Fenster, welches exklusiv angezeigt wird. Das heißt, solange diese Meldung angezeigt wird, könnt ihr nichts anderes tun. Jedenfalls, wenn die Benutzerkontensteuerung auf Standard konfiguriert ist. Wie man diese Einstellungen bei Bedarf anpassen kann, seht ihr jetzt. Um die Einstellungen der Benutzerkontensteuerung aufzurufen, klicken wir zunächst auf Start und geben hier Benutzerkontensteuerung ein. Windows sollte uns jetzt Einstellungen der Benutzerkontensteuerung ändern anzeigen. In den Einstellungen zur Benutzerkontensteuerung angekommen, sehen wir ein relativ übersichtliches Fenster mit einem Regler auf der linken Seite. Hier sollte standardmäßig die zweite Position von oben eingestellt sein. Das entspricht dem Abdunkeln und dem Sperren des Desktops beim Aufrufen einer Anwendung, die erhöhte Rechte erfordert. An dieser Stelle direkt der Hinweis. Überlegt euch gut, was ihr hier einstellt. Die Standardeinstellungen gibt es nicht ohne Grund. Je sicherer ihr bei den verwendeten Programmen auf eurem System seid, umso niedriger könnt ihr diese Einstellungen regeln. Kurz gesagt, vertraut ihr den Programmen, die ihr bei der täglichen Arbeit verwendet, dann könnt ihr auch unterregeln. Die einzelnen Punkte wirken sich folgendermaßen aus. Beginnen wir mit der ersten Einstellung ganz oben. Hier benachrichtigt uns Windows sehr viel. Beispielsweise wenn Apps versuchen Software zu installieren oder Änderungen am Computer vorzunehmen. Das wirkt sich beispielsweise in dieser Stufe auf viele Anwendungen aus, mit denen man Einstellungen an Windows vornehmen kann. Zum Beispiel die App Systemkonfiguration, auch bekannt unter msconfig. Die zweite Position ist die Standardkonfiguration, die jeder kennt. Diese entspricht der ersten Position, jedoch ohne eine Meldung anzuzeigen, wenn man Änderungen an den Windows-Einstellungen vornehmen möchte. Die dritte Position entspricht der zweiten Position. Jedoch wird hier der Desktop, während die Meldung angezeigt wird, nicht gesperrt. Außerdem wird der Desktop hier nicht abgedunkelt. Es ist also möglich, während der Anzeige der Meldung auch noch andere Anwendungen zu starten. Die vierte und letzte Position zeigt keine Meldung an. Egal ob eine Anwendung versucht Software zu installieren oder Änderungen am Computer vorzunehmen. Diese Einstellung ist die bequemste, aber auch die unsicherste. Letztendlich bleibt die Meldung an. Bleibt es euch überlassen, wie ihr mit Windows arbeiten möchtet. Mehr Sicherheit und dafür unter Umständen häufige Meldungen oder weniger Meldungen, aber dafür auch geringere Sicherheit. Wenn ihr mehr zur Funktionsweise der Benutzerkontensteuerung wissen möchtet, so empfehle ich euch einen Post von Microsoft, den ich euch in der Videobeschreibung verlinke. Und das war's auch schon wieder, bis zum nächsten Mal. Podcasts